So kommt es eigentlich ins Sturm, wie man hier in Österreich sagt. Die Tür zu. Ja, herzlich willkommen zum neuen Video hier aus Österreich. Wir sind hier in See in Tirol und haben ein wunderschönes, modernes Apartment. Und genau deswegen gibt es jetzt hier eine kleine Roomtour. Genau, da fangen wir direkt mal an. Hier der Essbereich, ein richtig stabiler, massiv Holztisch. Hier ist auch ganz viel mit indirekter Beleuchtung, auch gerade im oberen Bereich. Dann haben wir hier die Küche, da komme ich aber gleich noch dazu. Anschließend gehen wir mal kurz ins Badezimmer. Dann haben wir hier das Fadezimmer mit zwei Waschbecken, eine Toilette. Dann haben wir hier eine Regendusche. Sehr viel Platz, zwei Spiegel, zwei große. Dann geht es hier ins Schlafzimmer. Hier Residenz Silveta, so heißt hier auch das Apartment. Großes Bett. Dann haben wir hier noch eine Kommode mit dem Fernseher. Eine Holzschränke. Wenn man aus dem Schlafzimmer rauskommt, kommt man direkt hier auf den Balkon. Und hier letztendlich zur Küche. Da haben wir hier eine riesen Kochfläche, sage ich mal, mit Induktionsherd. Einen Kühlschrank. Dann haben wir hier sämtliche Kochutensilien von Tassen, Teller, Schüsseln. Backbleche, einen großen Backofen hat man, eine Spülmaschine. Also hier ist auf jeden Fall alles vorhanden. Dann haben wir hier noch Müll, ein großer Mülleimer vor allem. Also das finde ich auch echt krass, dass der Mülleimer so groß ist. Kaffeemaschine, da lasse ich mir jetzt direkt mal einen Kaffee raus. Und solange ich mir jetzt hier den Kaffee rauslasse, gibt es für euch jetzt Einblicke im Zusammenschnitt von dem wunderschönen Apartment hier. Ja, ich habe hier mein Kaffee und wir sind hier auch direkt schon auf dem Balkon. Und zwar hat man hier einen wunderschönen Ausblick auf See in Tirol. Also hier hinten ist das Dorf und hier unser großflächiger Balkon. Da kann man sich richtig schön morgens einen Kaffee rauslassen und sich dann hier gemütlich hinsetzen. Und dann entspannt der Blick auf See werfen. Ja, aktuell ist hier Nebensaison. Das heißt, es ist nicht so viel los. Man hat hier schön seine Ruhe. Ja, ansonsten, das war es vom Video hier. Das war es von der Roomtour. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Schaut auch mal gerne noch bei Instagram vorbei. Da habe ich auch noch ein paar schöne Aufnahmen aus dem Patzenamtal hochgeladen. Beim nächsten Video gibt es dann hier das Impressionsvideo, der Reisevlog. Und in diesem Sinne, macht's gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, ciao. .